Ja, aber das brauchen wir gut. Du hast jetzt keine Frau Siegfried, aber ich habe hier die Gitti, die macht das alles und wir machen das Haus gemeinsam. Da gibt es ja nicht. Einmal die Woche ist hier Großputz bei uns und das teilen wir uns. Also Gitti macht solche Sachen auch wie Bettenbeziehen und früher hat sie sich auch noch um die Spülmaschine gekümmert, immer um das Aus- und Einräumen. Das mache ich. Ja, das mache ich. Und sie kümmert sich um die Wösche und das nicht zu knapp. Naja, und den Rest mache ich dann schon. Also wie gesagt, das Badezimmer, diese ganzen Geschichten, das mache ich schon. Ja, sie kümmert sich halt um diese Sachen, die Betten und so. Ja, und um den Garten kümmere ich mich auch noch. Ja, sie nehmen hier schon eine Menge ab, also da kann sie nicht meckern mit mir. Ja, sie kann das mir schon ganz zufrieden sein.